Willkommen zu einem neuen Video. Heute Abschlusssparing für diesen Kampf. In den Kommentaren haben wir natürlich immer wieder gelesen, dass hier Bälle in der Gegend rumfliegen, der Trainer, der Trainer, wir machen Pratze gleich, das ist kein Problem. Da gibt es ein bisschen was auf dem Brauch, dass Sie ein bisschen was vom Sparing sehen wollen. Wir haben hier Nick, Sparingspartner von mir, mit dem ich jetzt einen Großteil der Vorbereitung gemacht habe. Team No Limit, die Boxen in Leverkusen-Ostermann Arena, sehr, sehr schöne Arena. Dort habe ich auch schon geboxt, zwei Profikämpfe von mir, Nick wird zu boxen, das ganze Team von No Limit wird zu boxen. Hervorragende Kämpfe, natürlich auch schön für Leverkusen, dass mal wieder eine Puff-Fahnschaltung da stattfindet. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen ein bisschen Sparing und zeigen euch einige Einblicke, ein bisschen Geräte und ist nicht mal lange zum Kampf. Wir schauen mal, was noch alles so kommt. Felix, wie viele Sparinge haben wir denn noch vor dem Kampf? Heute? Dann reicht. Dann mache ich nur noch Sparing mit Coach, machen Partnerübungen, Sparing, praktisch alles in einem. Empfeierenden, bis zum, bis zum, bis zum, bis zum, bis zum. Bis zum, bis zum, bis zum, bis zum, bis zum. Ja, Mann. Und ja. Ja. So, wie ihr gemerkt habt, in der Vorbereitung hat sich das immer wieder an, das ist mein neues Lieblingsgruppe-Teil von Smilodox, wollt ihr auch so ein cooles Trainingsshirt haben, einfach auf der Seite von Smilodox, Kurt, Felix und maximalen Rabatt. Viel Spaß beim Einkommen. Ah, weiter, weiter, was ist das? Der muss ich erstmal in der Position, der braucht so kreise und dann greife ich an. Der zwischenpups ist ein ganzes Thema im Arsch. Danke schön. Ja. Nein, keine... ... ... Ich glaube, ichости, dass du hier nicht weg kannst. 1 Und komm, da musst du jetzt kommen. Keine Härte oder Explosie. Versuch. 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 Bisschen! Und mit 4? 1 Runde Nummer 5 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 Runde Nummer 5